Vielleicht, das war nicht fair von mir, vielleicht, ich hab gebüsst dafür, doch heute steh ich hier mit dir vorm Traum. Ja, heisst das neue Album vom Nokalm Quintett. Mit 14 wunderschönen Titeln im bekannten Nokalmstil verzaubern sie wieder alle Fans. Das Album ist ab sofort erhältlich bei music.kiosk und auch music-kiosk.ch